Guten Abend miteinander. Coop ist ja auch Ihr Blumen-Spezialist. Heute möchten wir Sie gerade zuerst über diese Coop-Leistung informieren. Und haben darüber einen kleinen Film gedreht. Damit die Schnittblumen sofort nach dem Pflücken frisch in die Coop-Läden kommen, unterhält Coop ein leistungsfähiges Blumenverteilzentrum in Prateln bei Basel. Hier werden von ausgebildeten Spezialistinnen jährlich über 6 Millionen frische Schnittblumen kontrolliert, sortiert, gepflegt und sorgfältig verpackt. Nebst den Schweizer Sorten kommen die Blumen aus aller Welt. Und zwar auf dem schnellsten Weg. Mit dem Flugzeug. Besonders aktuell sind jetzt gerade die Osterglocken, die aus England kommen. Und die wunderbaren Osterstrüsse. Und da noch ein guter Tipp. Mit der Holafroa-Schnittblumen-Nahrung. Es gibt sie in diesen Sparfläschen. Oder in diesen praktischen Beutern. Hebe deine Rosen bis zu 10 Tage. Und noch mal etwas, damit ihre Blumen länger leben. Schneiden Sie beim Stil etwa 2 cm weg. Und zwar schräg. Nehmen Sie doch ein scharfes Messer. So werden nämlich die Saftbahnen nicht gequetscht. Aber jetzt zu unserer Überraschung für Buben und Mädchen. Die neuesten von der Play-Big-Spielzeuge. Die Wikinger sind bei Coop gelandet. Wir sehen es da gerade im Film. Play-Big erzählt die fantastische Geschichte von Big und Biggie. Vor mehr als 900 Jahren segelten Wikinger in ihren Schiffen von Kontinent zu Kontinent. Sie überstanden die abenteuerlichsten Gefahren der Meere. Feierten zünftige Feste damals die alten Wikinger. Wikinger-Schiffe und Wikinger. Das ist die Welt der Play-Big. Die Spielkameraden für Millionen. Das ganze neue Wikinger-Programm gibt es einzig und allein bei Coop. Zu besonders günstigen Preisen. Und jetzt noch zu unserem 10'000 Franken Wettbewerb. Schicken Sie wie immer eine Postkarte an das Coop. Mittwochstudio. Postfach 4099 Basel. Einsendeschluss ist der 27. März. Die Aufgabe ist einfach. Notieren Sie drei von den Coop-Aktionsangeboten, die Sie jetzt gerade sehen. Auf Wiedersehen miteinander. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Dosen an 125 g marokkanische Sardinen für nur 1.50 Franken. Ein Mundialfruchtcocktail an 850 g aus Kalifornien für nur 1.90 Franken. Zehn Ananas-Scheiben Ligo in zwei Dosen an 567 g für nur 2.60 Franken. Eine Dose an 822 g, Mundial Pfirsich aus Kalifornien, kostet nur 1.70 Franken. Der Backteospray in der 200 g Dose kostet bei Coop nur 5 Franken. Und 500 g Plantenmargarine nur 2.75 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop zwei Litern Happy Day Orangensaft für nur 1.80 Franken. Und der frische Backbuttenzopf an 400 g für nur 1.60 Franken. Der aktuelle Preisschlager sind die Damenslip aus Frotte Stretch, zwei Stück für nur 3.50 Franken. Und die praktischen Haushaltschöße aus 100% Baumwolle für 9.90 Franken. Alle die Aktionen gibt es ab morgen in allen Coop-Läden. Auf Wiedersehen!